Ja, guten Morgen! Vielen Dank an die Kollegen und Freunde des Düsseldorf Airport für die Nominierung zur Ice Bucket Challenge. Die Messe Düsseldorf und das Caravansalon Team nimmt diese Herausforderung natürlich gerne an, denn auch wir finden es wichtig, dass auf die Nervenkrankheit ALS aufmerksam gemacht wird. Wir nominieren als nächstes den Caravaning Industrieverband als Träger des Caravansalon, unser Partner für die Valve World, KCI Publishing, sowie unsere Kollegen von der Messe Stuttgart. Ach ja, bevor ich es vergesse, die Messe Düsseldorf spendet auch. This is cold! Oh mein Gott! Danke!